Die Quotenregelung wollen Sie auch nur bei angenehmen Tätigkeiten. Ich würde Sie gerne mal mitnehmen zu einer Arbeit, wo Sie das erste Mal arbeiten lernen. Passen Sie mal auf, das würde ich Ihnen gerne mal mitnehmen. Kann ich Ihnen mal zeigen? Passen Sie mal auf. Gehen Sie mal in den Straßenbau. Quotenregelung im Straßenbau, keine. Dachdecker, keine Quotenregelung. Fliesenleger, keine Quotenregelung. Bagger, keine Quotenregelung. Ist anstrengend, wird mal nass dabei. An sich blaue Flecken holt man sich da. Ungemütlich muss man im Winter raus auf der Straße. Da brauchen Sie keine Quotenregelung, oder? Das ist nicht angenehm. Kann ich mir gut vorstellen.